Heute stelle ich dir 33 Turnaround Aktien vor. Die Unternehmen wurden die letzten Monate und Jahre über stark verprügelt. Es riecht nach einer spannenden Kaufchance. Da ich keine trockene Theorie mag, investiere ich 3000 Euro in zwei der heutigen Aktien. Einige andere habe ich bereits im Depot. Du darfst gespannt sein welche. Am Ende des Videos zeige ich dir mein ganzes Portfolio, was viele Turnaround Aktien enthält. Du musst aber eine wichtige Sache bei Crash Aktien beachten. Sie können tiefer crashen. Mach niemals den Fehler und kaufe eine Aktie nur deshalb, weil sie gefallen ist. Drück den Kaufbutton erst, wenn du dir absolut sicher bist. In der Zwischenzeit kannst du dein Cash ganz entspannt parken und Zinsen kassieren. Hier kann ich dir meinen Broker Freedom Tentive vorempfehlen. Das D-Sparkonto, das genauso wie ein Tagesgeldkonto funktioniert, bietet bis zu 5,31% Zinsen. Sie werden täglich ausgeschüttet, wie du hier siehst. Du kannst jederzeit auf dein Geld zugreifen, wenn du spontan Aktien kaufen möchtest oder die Spülmaschine gerade kaputt geht. Für langfristige Anleger gibt es Festgeld. Du kannst dein Geld für 3, 6 oder 12 Monate parken und bis zu 8,76% Zinsen kassieren. Unten im ersten Kommentar findest du einen Link zur Free-Internet vor. Klick rein, um von starken Leistungen zu profitieren. Gib mir ein frühes Like, um dir positives Börsen-Karma für deine Turn-On-Investment zu sichern. Und let's go! Hier kommt die erste Packung an Crash-Aktien. Da 33 Aktien eine fette Menge sind, habe ich einige davon in Branchen eingeteilt. Beginnen wir mit Basiskonsumgütern. Das sind Produkte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittelgetränke oder Hygieneartikel. Nestle und PepsiCo dürfte jeder vom Namen her kennen. PepsiCo hat neben Pepsi auch noch Knab-Artikel wie Lace-Chips im Angebot. Mondelez ist auf Snacks und Süßwaren spezialisiert. Oreo-Kekse, Milka und Toblerone sind weltberühmt. Der Philadelphia-Brotaufstrich gehört auch zu denen. Und dann haben wir noch die James Smucker-Aktie. Das ist einer der weltweit größten Lebensmittelkonzerne. Die Produkte sind bei uns total unbekannt, weil Smuckers 94% an Umsätze in den USA zählt. Konsumgüter wurden zuletzt ordentlich verprügelt. Die Aktien sind alle gefallen. Mondelez hat sich aber noch am besten gehalten. Du musst das aber unbedingt in Relation sehen. Das Papier ist extrem defensiv. Minus 12% sind da historisch gesehen ein fetter Rücksetzer. Was zur Hölle ist los in der Branche? Schauen wir uns hierzu die Zahlen von Nestle an. Von 2022 bis 2023 konnten die Schweizer um 7,2% wachsen. Das klingt auf den ersten Blick solide. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Guck einmal zwei Zahlen höher. Sie zeigen dir, wie das Wachstum zustande kam. Preisanpassungen machten 7,5% des Umsatzwachstums aus. Das interne Realwachstum lag bei minus 0,3% in Leinchen. Diese Kennziffer steht für das reine Verkaufsvolumen. Es wurden also insgesamt 0,3% weniger Produkte verkauft. Die Konsumgüterbranche leidet unter der hohen Inflation. Man hat sie die letzten beiden Jahre durch Preisanpassungen ausgeglichen. Das hat soweit geklappt. Man konnte wachsen. Das ging jedoch zu Lasten des Verkaufsvolumens. Man verlor an Kunden, die stattdessen zu den Eigenmarkten der Discounter griffen. Die Inflation ist nun deutlich runtergekommen, was den Druck vom Kessel nimmt. Klar, sie kann wieder ein bisschen anziehen. Die Extremzeiten in 2022 mit über 10% scheinen aber vorbei zu sein. Deshalb sehe ich nun einen guten Moment, um Konsumgüteraktien zu kaufen. Sie zahlen alle eine solide Dividende und sind deshalb vor allem für defensive Dividendeneinleger geeignet. Meine nächste Branche bietet deutlich mehr Action. Ich bezeichne sie liebevoll als AI-Loser. Das ist ein Unternehmen, wo KI das Geschäftsmodell kaputt machen könnte. Ich habe die Accenture, Adobe und Salesforce herausgesucht. Bei Adobe ging es die letzten 4 Monate um 30% runter. Das ist wild. Die Prügel klingen logisch. Generative AI könnte die ganzen Tools von Adobe überflüssig machen. Wozu kompliziert mit Photoshop herumwerkeln, wenn die AI das auf Knopfdruck erledigt? AI ist aktuell eines der wichtigsten Schlagworte. Kein Unternehmen möchte den Sprung verpassen und durch KI ersetzt werden. Deshalb investieren Tech-Konzerne massiv in eigene Zukunftsprodukte. Darunter leidet die IT-Beratung Accenture. Anstatt sich beraten zu lassen, buttern Unternehmen direkt in sich selbst rein. Accenture erhält weniger Aufträge und steht deswegen unter Druck. Ja, AI ist die Zukunft. Doch ich halte die Panik für übertrieben. Viele starke Marktführer dürften sich wie Alphabet retten können. Google wurde ja wegen ChatGP die Tod geschrieben. Und was passierte? Nichts. Google integriert ganz entspannt neue AI-Features und hat nur minimal Marktanteile eingebüßt. Bei Accenture, Adobe und Salesforce sehe ich die gleiche Marktstärke. Sie alle investieren massiv in AI. Salesforce fokussiert sich bewusst darauf und nimmt hierfür eine niedrigere Marge in Kauf. Das ist für mich ein cleveres Investment in die Zukunft und dürfte sich deswegen langfristig auszahlen. Deshalb sehe ich hier eine Überreaktion von Mr. Market und eine spannende Turnaround-Chance. Ich bin bereits mit der ersten Position in Accenture investiert und möchte weiter aufstocken. Kommen wir zum nächsten Turnaround-Investment. Es ist der größte Klassiker der deutschen Finanzszene. Es ist natürlich PayPal. Das Fintech hat in den letzten drei Jahren 80% eingebüßt. Das ist echt heftig, gemessen an der Marktstärke. Und hier kommt der Übeltäter. Du siehst hier die Entwicklung der Nutzerzahlen. Seit 2021 flacht es immer weiter ab. Im dritten Quartal 2023 wurde es sogar negativ. PayPal kann keinen neuen Nutzer mehr dazu gewinnen, sondern verliert sogar Marktanteile. Der Übeltäter sind moderne Payment-Lösungen wie Apple Pay, die das Kerngeschäft disruptieren. Das ist pures Gift für eine Grof-Aktie. PayPal war 2021 extrem hoch bewertet. Deswegen wurde das Papier extrem verprügelt und notiert nun auf einem fairen, unterbewerteten Niveau. Das ist auch der Turnaround-Investment-Case. Die Anleger sind aktuell so krass pessimistisch drauf, dass das Papier nur den Funken einer positiven Überraschung braucht. Dann könnte die Aktie wieder positive Rekurse einschlagen. Hier könnte Braintree aushelfen. Das ist ein Zahlungsabwickler von PayPal. Wenn du online einkaufst, kannst du beim Checkout mehrere Optionen auswählen. In diesem Screenshot werden zum Beispiel PayPal, Visa oder Apple Pay angeboten. Braintree wickelt die Zahlung ab und kassiert dafür eine kleine prozentuale Gebühr. Arbeitet der Händler mit Braintree zusammen, verdient PayPal an deiner Zahlung mit, auch wenn du kein PayPal nutzt. Das aktuelle Niveau ist vernünftig für langfristige PayPal-Positionen. Meine nächste Branche sind Spiritosen. Hier habe ich dir Diageo, Brownformen und Panorica herausgesucht. Bis 2022 waren das alles starke, links, unten, rechts, oben Dauerläufer-Aktien. Doch seitdem ist der Wurm drin. Es ging bei allen um über 30% runter. Brownformen ist für Jackie berühmt. Der Konzern könnte sich eigentlich direkt umbenennen. Diageo hat ein breiter gestreutes Portfolio mit Marken wie Captain Morgan, Baileys oder Guinness. Panorica ist für Malibu, Ramazzotti und Absolut Wodka berühmt. Diese Grafik kommt übrigens von meinem Insta-Account. Ich poste dort täglich spannenden Content. Folgt mir dort gerne. Der Link findet ihr unten im ersten Kommentar. Was ist in der Alkoholbranche los? Inflation zwingt Verbraucher zum Sparen. Darunter leiden vor allem Premium-Spirituosen-Konzerne. Die Verbraucher nehmen den 5 Euro Wodka, da er genauso wie das Premium-Produkt für 20 Euro schmeckt. Das ist aber meiner Meinung nach nur eine Momentaufnahme. In besseren Zeiten hauen sich die Leute wieder besseren Wodka rein. Jetzt kann man günstig hochprozentige Aktien für bessere Zeiten kaufen. Ich möchte bei Brown-Formen stärker shoppen gehen. Die Aktie und am Weekend vielleicht auch ein bisschen Jackie. Muss ja meine Investments unterstützen. Meine nächste Branche ist die Medizintechnik. Hier habe ich dir diese drei Aktien herausgesucht. Carl Zeiss Mediatek, Medtronic und Abbott Laboratories. Die Unternehmen sind seit Jahrzehnten am Markt und konnten immer wieder neue Altertuchs erzielen. In der Vergangenheit waren schwäche Phasen wie jetzt spannende Kaufchancen. Aber was genau läuft falsch in der Medizintechnikbranche? Während Corona wurden viele dieser Aktien wegen der Tech-Begeisterung gehypt und auf krasse Bewertungen hochkatapultiert. Diese Überbewertung wurde die letzten Jahre über stark abgebaut. Die Begeisterung für Medizintechnik gab es nicht nur an der Börse, sondern auch bei den Kunden. Sie kauften sich das ganze moderne Zeug ein und was passierte? Es kam eine Konjunkturschwäche. Nun sitzen die Kunden auf vollen Lagern, die abgebaut werden müssen. Außerdem ist Medizintechnik teuer. Deshalb halten sich die Käufer wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage zurück. Viele Mediatech-Aktien haben auch ein China-Business, wo es noch mehr Zurückhaltung gibt. Das alles sind aber nur temporäre Probleme. Vor allem die vollen Lager dürften in ein paar Quartalen wieder weg sein. Deshalb möchte ich die aktuelle Schwäche für Nachkäufe nutzen. Ich bin bereits in Carl Zeiss Mediatech investiert und möchte diese Position weiter aufstocken. Bisher habe ich da nur eine Startposition drin. Ich investiere ja immer in 1000 Euro Häppchen. Meine nächste Aktie ist ein Weltmarktführer, den niemand kennt. Es sind die Whale Resorts. Das ist ein Besitzer und Betreiber von mehr als 40 Skigebieten in Amerika und Europa und Australien. Ja, in Australien kann sie wirklich Skifahren. Die Aktie hat sich nahezu halbiert. Sie bietet nun eine interessante Turnrun-Chance. Whale ist ein starker Marktführer. Kein Konkurrent klatscht mal eben ein zweites Skigebiet direkt neben denen hin. Dafür braucht es zahlreiche Genehmigungen und ein passendes Gebirge. Das muss man ja auch erstmals finden. Die Aktie ist wegen zwei Sachen abgestürzt. Skigebiete sind Tourismus und der ist bekanntlich während Corona massiv abgestürzt. Während dieser harten Zeit hat Whale den Preis für seinen Epic Pass um 20% gesenkt. Der Pass wird benötigt, um die Lifte und die Gebiete zu nutzen. Die Preissenkung hat natürlich stark auf die Marge gedrückt. Zur nächsten Saison durfte es aber wieder einen neuen Preisrekord geben. Das zweite Problem ist ein milder Winter. Diese Saison fiel 40% weniger Schnee in Nordamerika. Das senkt logischerweise die Begeisterung fürs Skifahren und treibt die Kosten für Schneekanonen in die Höhe. Das ist jedoch nur ein temporärer Effekt. Es wird mal gute und dann wieder schlechte Winter geben. Ich habe die aktuelle Schwäche genutzt, um vor ein paar Tagen eine erste Position der Aktie aufzubauen. Das Papier schüttet starke 4,6% Dividenden aus und eignet sich deshalb für langfristige Dividendenjäger. China ist meine nächste Turnaround-Investment-Idee. Und das sind die drei Kandidaten. Alibaba, Baidu und Tencent. Die Papiere wurden die letzten Jahre überheftig verprügelt. Im Vergleich zu US-Tech-Aktien sind sie nun fundamental krass unterbewertet. Sobald die hochbewerteten US-Tech-Aktien fallen, kommt bei China der Turnaround. Das ist meine Prognose. Außerdem haben politische Börsen kurze Beine. Die chinesische Regierung lässt von uns walten und eskaliert nicht in Taiwan. Das ist meine zweite Prognose. Der Boden scheint nach all den Jahren Kursprügel endlich gefunden zu sein. Alibaba zum Beispiel macht seit zwei Jahren keinen neuen krassen Tiefs mehr. Wer an den China-Turnaround glaubt, kann jetzt langfristig investieren. Du bist damit in guter Gesellschaft. Michael Burry hat seine Position in JG.com und Alibaba erheblich aufgestockt. Genauso David Tepper, der dafür seine US-Tech-Aktien reduziert hat. Er glaubt wohl an das gleiche Szenario wie ich. China-Böller eignen sich für spekulative Trader. Wenn du beim MSCI Vault ins Schwitzen gerätst, solltest du die Finger davon lassen. Lithium war zuletzt eine der größten Crash-Branchen überhaupt. Der Preis für das Leichtmetall ist stark eingebrochen. Er notiert sogar unter dem Kurs von 2018. Der grüne E-Auto-Hype ist vorbei. Die Verkäufe liefen zuletzt schleppend. Ohne Subventionen gingen sie in vielen Ländern sogar direkt runter. Die krassen Erwartungen der Corona-Boom-Phase konnten nicht erfüllt werden. Es fahren weniger E-Autos auf unseren Straßen als erwartet. Deshalb sind die Lithium-Lager gut gefüllt und der Preis ist abgestürzt. Das trifft Lithium-Aktien wie Albemal, Sociedad, Quimicai, Minera de Chile, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, und Gengfeng Lithium Group Enorm. Sie sind um 60% oder mehr abgestürzt. Die großen Lithium-Konzerne halten den aktuellen Preis aber für langfristig nicht nachhaltig. Neue Projekte lohnen sich nicht und kleinere Betreiber dürften mittelfristig pleite gehen. Davon dürften Big Player wie Albemal langfristig profitieren. Deshalb habe ich größere Aktien bevorzugt. Die Prognosen für E-Auto-Verkäufe wurden reduziert. Sie sind aber nach wie vor die Zukunft. Das bezweifelt keiner. Du musst dir aber in Jahren und nicht in Quartalen denken. Aktuell haben wir Katerstimmung, was gut für langfristige Turnaround-Anleger ist. Das größte Risiko liegt im E-Auto selbst. Entwirft jemand eine Batterie ohne oder mit krass viel weniger Lithium, rauscht der Preis weiter in den Keller. Kommen wir zu meiner nächsten Turnaround-Idee. Es ist der deutsche Mittelstand. Hier siehst du den MDAX im Vergleich zum S&P 500. Der MDAX repräsentiert den deutschen Mittelstand. Er notiert 30% unter seinem Allzeithoch. Das zeigt die Krise deutlich auf. Der amerikanische S&P 500 erzielt ja aktuell ein Allzeithoch nach dem anderen. Trotzdem hat der MDAX seit 1996 deutlich besser abgeschnitten. Unser Mittelstand ist der geheime Motor der deutschen Wirtschaft. Die links-grüne Dominanz dürfte sich mit der nächsten Bundestagswahl erledigt haben. Und dann kehrt wieder mehr Vernunft ein. Davon dürften Mittelständler wie Bechtle, Data Group oder SIX deutlich profitieren. Ich finde diese Aktien sehr spannend. Jedes dieser Unternehmen hat eigene Probleme. Da musst du extra analysieren. Deutschland ist hier der gemeinsame Nenner. Wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du einen MDAX ETF kaufen. Der ETF von iShares ist der größte seiner Art. Da hast du rund 50 Mittelstände drin. Kommen wir zur nächsten Branche. Es ist Luxusmode. Hier habe ich dir LVMH, Kering und Hugo Boss herausgesucht. Bei Hugo Boss kann man streiten, wie stark die Marke wirklich Luxus ist. Die Sachen sind höherpreisiger, aber definitiv eine Stufe unter Gucci oder Louis Vuitton. Hugo Boss hat internationale Strahlkraft. Also lassen wir das einmal als günstigen Luxus zählen. LVMH ist nur rund 20% gefallen. Die anderen beiden sind krass abgestürzt. Alle Charts zeigen nach unten. Was ist da los? Du musst bei Luxus eine wichtige Sache wissen. Nordamerika und Europa sind aktuell die wichtigsten Märkte. Dahinter folgt China. Das wird sich jedoch ändern. So gegen 2030 wird China an der Spitze des Luxusabsatzes stehen. Bereits jetzt ist China so wichtig, dass schlechte Geschäfte eine Aktie abstürzen lassen. Und weil es gerade schlecht im Reich der Mitte läuft, stehen Luxusaktien unter Druck. Vor allem bei Kering läuft es richtig mies. Das ist die Mutter von Gucci. Man hat sich die Zielgruppe selbst kaputt gemacht. Gucci hat den Markt mit neuen Kollektionen geflutet und auf Masse gesetzt, um schnell viel Kohle zu verdienen. Deswegen haben sie nun den Salat. Man hat es sich bei jüngeren Zielgruppen so ein bisschen verscherzt. Deswegen bevorzuge ich LVMH und Hugo Boss, da man dort nur das China-Problem und die generelle Konsumenten-Zurückhaltung hat. Wenn du an Gucci glaubst, hast du bei Kering eine krasse Turnaround-Chance. Ich habe LVMH im Depot und möchte hier weiter aufstocken. Bisher habe ich hier noch eine erste Startposition drin. Fällt die Aktie unter 700 Euro, würde ich verdoppeln. Meine nächste Turnaround-Branche ist Fastfood. Da habe ich den McDonalds und Starbucks mitgebracht. McDonalds ist zuletzt überraschend und Druck geraten. Minus 13% klingen nicht viel, für die Aktie ist es aber ordentlich. Die meisten Rücksetzer sind so 10-15% herum schwer. Starbucks ist eine andere Hausnummer. Das Papier notiert ein Drittel leichter. Was ist los in der Fastfood-Branche? Die Antwort lautet, nichts. Andere Restaurantketten wie Chipotle rennen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Wenn eine Aktie fällt, liegt es am Unternehmen und nicht an der Branche. Starbucks ist der wohl größte Prügelknabe der Branche. Die Kaffeekette hat an vielen Fronten zu kämpfen. Um die gestiegenen Mitarbeiter und Produktionskosten auszugleichen, hat man die Preise extrem erhöht. Bei knapp 7 Dollar für einen Kaffee sagen jedoch die ersten Kunden Stopp. Deshalb sind die Umsätze zuletzt gefallen. Da Starbucks auch in China aktiv ist, trifft sie die dortige Konsumflaute doppelt. Außerdem hat Starbucks mit Gewerkschaften zu kämpfen. Bei McDonalds haben wir ähnliche Probleme. Die Burgerkette hat die Preise die letzten Jahre über exorbitant erhöht. Zuletzt gab es in Social Media ein Aufruhr wegen einem Big Mac Menü für 18 Dollar. Das ist möglich, weil McDonalds größtenteils mit Franchise-Partnern zusammenarbeitet. Sie können die Preise selbst festlegen. So kamen die 18 Dollar zustande. Im Schnitt sind es 12 Dollar, was aber trotzdem teuer für Fastfood ist. McDonalds hat weniger Kunden, die weniger ausgeben. Deshalb geht in den USA bald ein 5 Dollar Menü an den Start. So möchte man die Kunden wieder zurückholen. Ich bin in Starbucks investiert. Sollte McDonalds weiter fallen und Starbucks ungefähr gleich notieren, würde ich in McDonalds umschichten. Die Burgerkette hat weniger Probleme als Starbucks und ist insgesamt besser geführt. Deutsche Autobauer hatten es die letzten Jahre über schwer. Zuletzt haben sie den Wandel zum E-Auto verschlafen und dann butterten sie viel zu viel rein. Als wäre das nicht genug, kam zuletzt ein politisches Drama hinzu. Die Amis haben die Strafzölle für E-Autos von 25 auf 100% angehoben. Die EU denkt über 15 bis 30% nach. Aktuell sind es 10%. Das werden die Chinesen nicht auf sich sitzen lassen. Wie es aussieht, möchten sie ihre Importzölle ebenfalls stark anheben. Darunter würden alle E-Auto-Bauer leiden, die keine chinesische Produktion haben. In Deutschland wäre vor allem ein Luxus-Auto-Bauer enorm davon betroffen. Und zwar die Porsche AG. Sie haben keine Werke in China. Deshalb wurde die Aktie die letzten Wochen über starker verprügelt. Die News ist bekannt und sollte nun größtenteils im Kurs eingepreist sein. Deshalb habe ich mir kürzlich eine erste Porsche-Position gegönnt. Porsche ist eine starke Marke und ich bewerte die aktuelle Panik als Kaufchance. Autobauer sind ein zyklisches Geschäft. Die meisten Aktien zahlen eine hohe Dividende. Deshalb steigt man da laut Peter Lynch in der Krise ein, um sich eine hohe Dividende und das Potenzial für Kursgewinne zu sichern. Von mir aus kann die Aktie weiter fallen, dann stocke ich weiter auf. Kommen wir zu meiner letzten Turnaround-Aktie für heute. Hier habe ich insgesamt 3000 Euro in zwei Aktien investiert. Es sind REITs. Ich lasse im Hintergrund meine Käufe bei Frienten, die vorlaufen. REITs sind Immobilienaktien. Sie investieren in eine bestimmte Immobilienkategorie. Hier siehst du meinen Kauf von Vici. Dieser REIT investiert in Glücksblum-Mobilien. Vici gehört der legendäre Caesars Palace in Las Vegas. Die zweite Aktie ist Realty Income. Das ist der legendärste REIT überhaupt. Realty setzt auf Einkaufszentren. Sie expandieren seit kurzem stark in Europa. Ich habe doppelt aufgestockt. Meine Position ist nun 5000 Euro schwer. Ich möchte sie auf 10.000 Euro ausbauen. Kurz eine wichtige Sache zur Transparenz. Ich habe meinen Vici-Kauf aus dem Verkauf meiner Biontech-Aktien für 1000 Euro finanziert. Alle Aktien in meinem Depot zahlen ein Dividende. Da hat Biontech thematisch nicht reingepasst. Ich mag klare Depots und kein Wirrwarr. Die ganzen Impfstoff-Aktien wurden durch die Vogelgrippe in die Höhe getrieben. Ich habe das zum Ausstieg genutzt, weil ich nicht an eine größere Krise glaube. Ich bin mit plus 1,50 Euro raus. Also bei plus minus 0. Zurück zu meinen REITs. Die ganzen Immo-Firmen wurden zuletzt stark verprügelt. Ich finde vor allem Agri-Realty, Realty Income und Vici spannend. Ich möchte insgesamt 25.000 Euro in diese drei Aktien investieren. 14.000 Euro habe ich bereits eingetütet. Der Rest folgt über die nächsten drei bis vier Monate. Was ist mein Investment Case? Ganz easy. Die US-Notenbank FED hat die Zinsen die letzten beiden Jahre über stark angehoben. Ich rechne mit einer baldigen Zinswende. Ende des Jahres dürfte es soweit sein. Spätestens 2025 denke ich. REITs würden enorm von sinkenden Zinsen profitieren. Da läuft viel über Kredite. Diese werden mit niedrigeren Zinsen günstiger. Außerdem kann man neue Objekte billiger finanzieren. REITs sind mein Big Bet für die nächsten 12 bis 15 Monate. Da rechne ich mit einem starken Turnaround. Und hier kommt mein Depot im Gesamtüberblick. Wie ich dir vorher gezeigt habe, steckt es voller Turnaround Aktien. Das liegt an meiner Strategie. Ich versuche Qualität zu einem günstigen Preis zu kaufen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Markt aktuell viel zu pessimistisch bei REITs ist und sie zu niedrig bewertet. Deshalb stocke ich da groß auf. Als Broker nutze ich für Internet4. Ich möchte dieses Jahr die 50.000 Euro Marke bei meinem Depot hier knacken. Wie gesagt, den Link zum Broker findest du unten im Kommentar. Klick rein, wenn du einen starken Moral untersuchst und meinen Kanal hier supporten möchtest. Abonniere meinen Kanal, um mich auf meine Finanzreise zu begleiten. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.